Hi liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Thursday Thunder, natürlich aus der Europazentrale hier in Baßbüttel. Und wir haben ja letzte Woche euch ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen, bei den Outtakes heute ist natürlich nichts passiert. Wir werden berichten. Aber davon ab haben wir für euch heute etwas zum Böschen, und zwar zwei neue Autos aus dem Hause Arma. Ihr kennt ja bereits unseren Kraton in 1 zu 8 und wir haben uns gedacht, wir waschen ihn mal ein bisschen wärmer und bringen ihn euch in 1 zu 10. Was der alles kann, schaut euch das Video an. Bis gleich. 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 Bnet. do U�. Có đ áir. Is. оны. Vou 가� bilmiyorum. Thja. róh. Vache. Por. backs. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schaut mal bei uns auf die Homepage www.horizonhobby.eu Mir bleibt nur noch zu sagen, genießt das Wetter, bleibt gesund, viel Spaß an eurem Hobby und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.